Der vierte Aspekt, liebe Geschwister, und letzter Aspekt für heute, ist, dass der Imam in seinem Buch ein Kapitel erwähnt hat, in dem er gesagt hat, als Talib illen, das Alleinsein bevorzugt statt zu heiraten. Er hat ein Kapitel erwähnt, dass man als Talib allein sein soll, anstatt zu heiraten. Und er hat es begründet damit, dass man nicht so viele Verpflichtungen hat und somit mehr Zeit für den Islam hat. Aber da müssen wir trotzdem klipp und klar sagen, dass wir ihm seine Meinung nicht teilen. Dass wir seine Meinung nicht teilen. Und auch, subhanallah, die Hadithe, die er da bezüglich erwähnt hat, über den Propheten, sind alle angezweifelt worden von den Hadith-Geräten. Sind teilweise sogar als Erfunden eingestufen worden. Und insofern haben wir, sagen wir so etwas nicht. Sondern wir sagen, und ich bin überzeugt davon, ich weiß es von mir selbst, und ich bin überzeugt davon, dass andere Schwister das auch erlebt haben, dass im Gegenteil, wenn man geheiratet hat, dann ist man noch stärker im Iman, und noch stärker im Islam, und noch stärker für die Ta'u. Unter einer Bedingung, die Ehefrau macht mit, wenn du die richtige gewählt hast, wenn du die falsche gewählt hast, Nein, da kann sein, dass man immer, vielleicht der Imam meint das, ich weiß nicht, weil es gibt nämlich Folgen, damit wir wissen, dass dieser Ansicht schon gegeben hat. Er berichtet über seinen Isnat bis Ibn Numair, er sagte, Sufjan ibn Uyayna, der Imam auch nach der Tabi'in der Hasson, Sufjan Uyayna fragte mich, hast du geheiratet? Ich sagte, nein. Daraufhin sagt er, du weißt nicht, wie gut es dir geht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was ihm passiert ist. Weiß man nicht. Das ist keine Aussage eines Propheten, und deswegen brauchen wir nicht, um diesen Aussagen zu übertreiben.